Ich habe eine Mädchen getroffen. Sie ist sehr Hammer, weil sie heißt Gretchen von Fürst. Du bist in mich gewesen! Weil ich liebe dich. Ja. Du musst für mich kämpfen, weil ich niedlich bin. Ah, das ist sehr Hammer. Ich halte es für gut, dass du verliebt ist. Ich habe auch ein Mädchen getroffen. Sie heißt Grammi. Ach so. Kaspar. Was ist das? Es gibt nichts, was es mir in der Velo liebst, als Kammer zieht. Max ist mir glücklich. Ich werde von mir glücklich. Ich bin derselben Meinung. Ich kann mich der Auffassung nur anschließen. Lies mich schneller. Ja, ja, ja. Lieb mir zwischen die Linien. Liebesgeständliche. Spontan. Verführen. Ja. Fantastisch. Aber jetzt müssen wir so die Stunde gehen. Ja. Ja. Vermissen. Slav sein auf. Ja. Nein! Ich bin verrasen geworden. Da hast du recht, Entschuldigung. конечно. Aber sie ist nur eine Scheller-Leser als ich. Aaaaaaaaah! Ehhh. Ehhh... Ehhh.... Ehhh... 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 Vielen Dank.